Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr euch schon zur frühen Stunde aufgemacht habt, um hier dabei zu sein. In den letzten beiden Tagen dieser Reformationskonferenz haben wir schon über einige der zentralen theologischen Einsichten nachgedacht, die die Reformation bewirkt haben, die von den Reformatoren wiederentdeckt wurden und die dann zu einem Bruch mit der römisch-katholischen Kirche führten. Wir haben bedacht, dass die Rechtfertigung des Menschen allein von der Gnade Gottes abhängt, gestern Abend, als die Gedanken darüber gepredigt hat. Wir haben darüber nachgedacht, dass sie allein durch den Glauben zu uns kommt, wie David Platt uns am Donnerstagabend so wunderbar vor Augen geführt hat. Wir haben darüber nachgedacht, dass sie allein in Christus zu finden ist, wie Mark Dever uns gestern Nachmittag vor Augen geführt hat. Und wir haben bedacht, dass alle Erkenntnis, die wir über die Rechtfertigung haben, letztendlich aus der Schrift kommt, die unsere letzte und höchste Autorität für alle Fragen ist. Das Sola Scriptura, das hat El Mola uns schon am Donnerstag Nachmittag vor Augen geführt. Nachher, wenn wir zum Abschluss der Konferenz nochmal von David Platt hören, über die Frage, wozu das alles, nämlich dass das alles letztendlich dienen soll, damit die Ehre Gottes erhoben wird. Alles zur Ehre Gottes. Soli Deo Gloria. Doch diese sogenannten fünf Solas der Reformation, die sind nicht in diesem Raum, aber sicherlich in diesem Land weitestgehend in Vergessenheit geraten. Ich war in den letzten Tagen mit drei unserer Referenten unterwegs zu einigen Lutherstädten und es ist faszinierend zu sehen, was für ein Kommerz da getrieben wird, was da los ist, wie viele Menschen da sind. Und sie feiern alle die Reformation, aber sie wissen überhaupt nicht, was sie inhaltlich feiern. Wir haben unsere Tourguides immer gefragt, was sie denn wissen über die Inhalte der Reformation. Die konnten uns ganz viel sagen über Daten und über Gebäude und nette Geschichten erzählen, aber die Inhalte, das waren noch nicht angekommen. Und ich denke, es ist dann schon fast konsequent und irgendwo auch symptomatisch, dass die EKD, die Kirche schlechthin, die von Luthers Werk hervorgegangen ist, dieses Reformationsfest auf ökumenisch feiert. Als wenn die Reformation keine Rolle spielt, als wenn diese Wahrheiten nicht auch heute noch von größter Bedeutung wären. Zum weiteren muss man feststellen, dass die Bedeutung der Kirche, der evangelischen Kirche in Deutschland immer weiter abnimmt. Die Mitgliederzahl sinkt Jahr um Jahr. Und in einer Statistik, die jetzt vor kurzem von der EKD selbst veröffentlicht wurde, konnte man lesen, dass auch der prozentuale Anteil derer, die sonntäglich durchschnittlich im Gottesdienst sind, einen historischen Tiefstand erreicht haben. 3,4 Prozent aller Mitglieder der EKD-Kirchen sind an einem durchschnittlichen Sonntag überhaupt nur im Gottesdienst. Aber auch in den Freikirchen geht vieles in eine nicht so gute Richtung. Viele Freikirchen geben immer mehr das reformatorische Erbe auf. Anstatt mutig für biblische Wahrheiten einzutreten, schwimmen auch immer mehr Freikirchen lieber mit im Einheitsbrei der Ökumene. Ich glaube, wir können ziemlich sicher sagen, dass das durchschnittliche Bibelwissen auch von Freikirchlern heute einen absoluten Tiefstand erreicht hat. Und das Problem ist dann nicht nur das Wissen, sondern auch das Glauben. Ich war fast ein bisschen geschockt, als ich gerade vor, ich glaube, zwei Wochen las, dass das Meinungsforschungsinstitut INSA eine Umfrage herausgegeben hat, repräsentativ, dass auch unter den Freikirchlern nur noch knapp 50 Prozent an ein Leben nach dem Tod glauben. Unter den Freikirchlern nur noch knapp 50 Prozent glauben an ein Leben nach dem Tod. Das Wort Frömmigkeit ist oft eher negativ besetzt. Das theologische Desinteresse ist frappierend und geht einher mit einem hohen Maß an Orientierungslosigkeit, gerade auch in ethischen Fragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über diese Dinge nachdenkst. Ich habe Sehnsucht. Sehnsucht nach einer neuen Reformation. Aber dann gibt es auch noch diesen ganz anderen Reformationsbedarf, der viel persönlicher ist. Wie sieht es mit dir ganz persönlich aus? Wünschst du dir, dass dein Herz wieder mehr brennt für Gott? Das Ziel dieser Konferenz ist, Impulse zu geben für beides. Zum einen uns ganz persönlich zu ermutigen, damit unsere Herzen wieder erfüllt werden von der Freude am Herrn. Dass wir wieder brennen für den Herrn. Und dann aber darüber hinaus auch Impulse auszusenden in unser Land, damit wir wieder mehr lebendige Gemeinden erleben. Damit das Evangelium sich wieder weiter ausbreitet und mehr Menschen zum Glauben kommen. Doch wie kann das alles geschehen? Wenn gleiches meine Hoffnung ist, dass diese Konferenz irgendwie Impulse sendet, dann weiß ich doch, dass wir hier keine Reformation generieren können. Denn Reformation ist ein Werk Gottes. Und deswegen möchte ich uns mit hineinnehmen in das vielleicht Wichtigste, was wir tun können, im Hinblick auf eine Reformation. Ich möchte uns mit hineinnehmen in ein Gebet für Reformation. Und das findet sich im Psalm 85. Und ich möchte euch einladen, Psalm 85 aufzuschlagen in euren Bibeln. Oder es auf euren iPads zu finden. Und ich lese uns dieses sehr zuversichtliche Gebet für Reformation. Und ich lese einladen, Psalm 85, dem Vorsänger von den Söhnen Kochers, ein Psalm. Herr, du hast deinem Land einst Gnade gewährt. Hast das Geschick Jakobs gewendet. Hast vergeben die Schuld deines Volkes. Hast alle ihre Sünden zugedeckt. Du hast all deinen Grimm hinweggetan. Hast dich abgewandt von der Glut deines Zornes. So stelle uns wieder her, du Gott, unseres Heil. Lass ab von deinem Unmut gegen uns. Oder willst du ewig mit uns zürnen? Deinen Zorn wehren lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Ich will hören, was Gott, der Herr, reden wird. Denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen. Nur, dass sie sich nicht wieder zur Torheit wenden. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Dann wird der Herr euch auch das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag abwerfen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und den Weg bereiten für seine Tritte. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für dein Heiliges, für dein Irrtumsloses, für dein mächtiges Wort. Herr, ich weiß, ich bin schwach und meine Gedanken sind oft wirr, aber dein Wort ist mächtig und klar. Und so wollen wir beten, dass du nun zu uns sprichst. Gib uns offene Herzen, offene Ohren, dass wir empfangen können die gute Gabe deines Wortes, auf das dein Wort uns verändert, uns ermutigt, uns Wegweisung gibt. uns neue Zuversicht schenkt. Und darum beten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Ihr Lieben, wenn wir diesen Psalm betrachten, sehen wir, dass er ziemlich offensichtlich in drei Teile fällt, dass es drei Abschnitte gibt. Wir sehen nämlich, dass der Blick einmal ein Blick zurück ist, dann ein Blick in die Gegenwart und dann ein Blick in die Zukunft. Die ersten vier Verse sind ein Blick zurück auf eine Zeit, in der Gott in seiner großen Gnade eine nicht genauer definierte Reformation geschenkt hat. Dann in den Versen 5 bis 8 wechseln wir von dem Blick zurück auf einen Blick in die Gegenwart. Es ist ein Gebet, ein Flehen für ein neuerliches, gnädiges Eingreifen Gottes, für eine neue Reformation. Und schließlich sehen wir, wie der Beter dann ab Vers 9 zu einer festen Gewissheit kommt. Zu einer Gewissheit, dass der Herr eine neue und eine alle umfassende Reformation schenken wird. Das sind die drei Teile der Predigt. Die ersten vier Verse, ein Blick zurück in einem dankbaren Schauen auf etwas, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Dann ein Flehen zu Gott in unserer jetzigen, in der jetzigen Situation und dann ein Blick in die Zukunft, der uns neue Zuversicht schenkt. Das ist mein Gebet, dass genau das in uns geschieht. Dass wir erfüllt werden mit Dankbarkeit für das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Dass wir angeregt werden, vor Gott einzutreten für das, was wir in der Gegenwart sehen und dass wir gestärkt werden in unserer Zuversicht im Hinblick auf das, was Gott in der Zukunft tun wird. Lasst uns zuerst zurückschauen. Die ersten vier Verse nehmen uns mit im Schauen zurück auf eine nicht weiter genau definierte Reformation, die der Herr einst geschenkt hat. Ich lese uns noch mal die ersten vier Verse. Oder die Verse zwei bis vier. Herr, du hast deinem Land einst Gnade gewährt, hast das Geschick Jakobs gewendet, hast vergeben die Schuld deines Volkes, hast alle ihre Sünde zugedeckt. Interessant, der Psalm 85 wird historisch nicht klar verortet. Das heißt, wir wissen nicht mit Sicherheit, auf was der Psalmist hier zurückschaut. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass es sich hier um die Rückkehr Judas und damit des Südreiches aus dem babylonischen Exil gehandelt haben könnte. Nach der Zerstörung des Nordreichs Israel, ihr kennt die Geschichte, im Jahr 722 durch die Assyrer war nur noch das Südreich übergeblieben und das Südreich wurde erst auch von den Assyrern bedrängt und dann später von der nächsten Weltmacht von den Babylonern. Und die kamen dann in drei Wellen zwischen dem Jahr 605 vor Christi und 586 vor Christi Geburt und bedrängten Judah, das dann Israel genannt wurde, weil es alles war, was übrig geblieben war von Israel, bedrängten Judah und führten das Volk in drei Wellen weg ins Exil. Die alttestamentlichen Propheten machen dabei deutlich, dass Babylon letztendlich ein Werkzeug in Gottes Hand war. Der Herr selbst war es, der sein Volk strafte, richtete aufgrund der Gottlosigkeit und des Götzendienstes und vieler anderer Sünden, die das Volk Gottes getan hatte. Doch dann, dann griff Gott ein in seiner großen Gnade, in seinem Erbarmen über sein Volk gewährte er seinem Volk neue Gnade. Er vergab ihnen ihre Schuld, er deckte ihre Sünden zu und so konnte Judah aus dem Exil zurückkehren. Das ist wahrscheinlich die Situation, die hier beschrieben wird. Wir sehen hier also, wie Judah ein Neuanfang geschenkt wurde, wie es sich neu formieren konnte, wie Gott es reformierte. Wir schauen zurück auf eine Reformation. Nun, für uns ist die Geschichte der Nachkommen Abrahams und Isaks und Jakobs weit weg. Aber wir feiern ja gerade in diesem Jahr auch hier in Deutschland eine Reformation, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Ein mächtiges und gnädiges Eingreifen Gottes. Als vor 500 Jahren die Reformation begann, da führte das nicht zu einer Rückkehr aus einem Exil und doch sah Martin Luther ganz enge Parallelen zu dem, was dort einst geschehen war, als Judah aus dem babylonischen Exil zurückkehren konnte, zu der Situation der Kirche in seiner Zeit. Er sprach in einer seiner wichtigen frühen Schriften im Jahr 1520 von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und seiner großen Gnade gebrauchte der Herr damals Männer wie Martin Luther um die Kirche zurückzuführen aus Götzendienst, aus großer Sünde und ihr wieder geistliches Leben einzuhauchen. Aber Luther wusste ganz genau um seine Rolle. Luther hätte sicher keine Freude daran, dass er selbst in diesem Jahr gefeiert wird. Denn Luther war bewusst, dass die Reformation nicht sein Werk war, sondern ein mächtiges Werk Gottes. Ihm, dem Herrn, der Gnade gebührt alle Ehre, alles Lob, aller Dank für die Reformation vor 500 Jahren. Lasst uns Gott dafür preisen. Und ihr Lieben, das gilt nicht nur für Gottes gnädiges Eingreifen in der Zeit der Reformation oder auch zur Zeit, von der der Psalm hier zeugt, zur Zeit, als Israel, als Jakob zurückkehren durfte, der Juder zurückkehren durfte aus dem babylonischen Exil. Das gilt in gleicher Weise auch für Gottes gnädiges Eingreifen in deinem ganz persönlichen Leben. Wenn du heute hier bist und Jesus Christus als dein Retter und Herrn kennst, denn dann kannst auch du zurückschauen auf ein Gnadenwerk Gottes in deinem Leben. Und ich möchte uns genau dazu einladen, dass wir uns einen Moment nehmen, in dem wir uns noch mal darauf besinnen, wie er wir wären, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Von Natur aus sind wir Sünder, die unter dem gerechten Zorn Gottes stünden. Es sei denn, dass Gott uns Gnade gewährt, dass er unsere Schuld vergibt, unsere Sünde zudeckt, sein Grimm hinwegtut, sich abwendet von der Glut seines Zorns. Lieber Freund, hast du das erlebt? Ihr Lieben, ich möchte uns in dieser vollgepackten Konferenz, wo wir so viel hören, einen Moment geben, jetzt gleich, indem wir still werden vor Gott. Und ich möchte dich einladen, dass du dich bewusst einfach darauf besinnst, was Gott in deinem Leben getan hat, als er dir seine Gnade offenbart hat. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du dich an ein konkretes Bekehrungserlebnis erinnern kannst. Wenn du heute hier sitzt und Glauben hast, dann weißt du, Gott das getan hat. So lasst uns einen Moment still werden. Jeder für sich. Gott in der Stille seines Herzens loben und danken, damit wir ihm alle Ehre geben. Herr, du hast uns einst Gnade gewährt und unser Geschick gewendet. Du hast uns unsere Schuld vergeben und unsere Sünde zugedeckt. Du hast deinen Grimm hinweg getan und hast dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Danke, lieber Vater. Danke, dass du ein so mächtiger Gott bist, der in seiner großen Gnade so eingreift und Tote lebendig macht. Dir sei alle Ehre. Amen. Das ist wichtig, zurückzuschauen und sich darauf zu besinnen, was für einen gnädigen Gott wir haben. Das ist Psalmist hier tut, bevor er dann in seine gegenwärtige Situation hineinkommt. Denn nachdem er jetzt Gott gedankt hat, also im Wissen um diesen gnädigen Herrn, der seinem Volk einst geholfen hat, wendet sich der Psalmist dann ab Vers 5 in neuerlicher Not an den Gott seines Heils. Lest mit mir die Verse 5 bis 8. So stell uns wieder her, du Gott unseres Heils, lass ab von deinem Unmut gegen uns. Oder willst du ewig mit uns zürnen, deinen Zorn wehren lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Wir müssen uns noch einmal wieder hineindenken in diesem Psalm, die historische Situation. Wir wissen nicht ganz genau, was es war, aber wenn es die Rückkehr Judas aus dem babylodischen Exil war, dann ist das, was das Gebet jetzt hier zum Ausdruck bringt, wahrscheinlich die Erkenntnis des Psalmisten über das, was danach geschehen war. Gott hat in seiner großen Gnade sein untreues Volk, sein ewig untreues Volk aus dem babylonischen Exil zurückgebracht und nun war es zurück in Jerusalem, aber das Volk gab sich nicht Gott hin, es lobte und preiste ihn nicht aus vollem Herzen, es diente ihm nicht treu. Nein, das Volk Israel war schnell wieder dabei, er zu klagen und sich letztendlich Gott bestenfalls noch so halbherzig mit so einer äußeren Frömmigkeit hinzuwenden, aber eigentlich sich von ihm immer wieder abzuwenden, sich zu entfernen von ihm. Das ist wahrscheinlich die Situation. Der Psalmist sieht dieses Volk, das sich wieder so weit von Gott entfernt hat und er erlebt, wie Gott dieses Volk nicht mehr mit Freude anschaut und er tritt jetzt ein für dieses Volk. Ich denke, wenn wir über die Geschichte Israels lesen, ich habe gerade zuletzt das kleine Prophetenbud Malachi gelesen und da sehen, wie untreu das Volk geworden ist und sehen, wie die Beziehung zu Gott gestört ist. Da kommen wir gar nicht umhin, sehr schnell auch an unsere heutige Situation zu denken. Mir ging das zumindest so. Ich habe Malachi gelesen, das ist wie bei uns. Noch gibt es in unserem Land so einen gewissen äußeren christlichen Anstrich. Es sind noch weit über 20 Millionen Deutsche, die sich zu Gemeinden zugehörig fühlen oder auch sind formal, die in der Tradition der Reformation stehen. nur haben sich die allermeisten Kirchen und Gemeinden und die Menschen, die dazu gehören, schon ganz weit vom Evangelium abgewandt. Anstatt in völliger Abhängigkeit von Gottes souveräner Gnade zu leben, das anzuerkennen, erheben sie sich mit einem christlichen Humanismus und denken, dass sie Gott vielleicht so ein bisschen nebenbei noch gebrauchen können, aber es eigentlich ganz gut selber im Griff haben und Gott eigentlich ganz happy mit uns sein müsste. Anstatt sich demütig unter das Wort Gottes zu stellen, erheben sich Prediger und Theologen in einer verrückten Hybris über das Wort Gottes und meinen dann selber bestimmen zu können, welche Aussagen heute vielleicht noch relevant sind und welche man historisch kritisch aussortieren kann. Wie geht es dir, wenn du das siehst? Wie geht es dir, wenn du was macht das mit dir? Wenn du siehst, wie weit sich viele, die den Namen Jesu für sich in Anspruch nehmen, wie weit die sich von ihm entfernt haben, wie sehr sie ihn lästern. Was macht das mit dir? Ich weiß nur zu gut, wie das in mir zu einem gewissen heiligen Zorn führen kann oder auch zu einem verächtlichen Herabschauen auf die. die. Aber dieser Psalm war Balsam für meine Seele. Weil ich gemerkt habe, was ich hier tue, ist falsch. Der Psalmist lästert nicht. Der Psalmist geht auf seine Knie und fleht Gott an. Er leidet, darunter zu sehen, was in diesem Volk geschieht, wie untreu sie geworden sind, wie weit sie von Gott weg sind. Und so ruft er zum Herrn. Diese Worte nehmen uns doch mit hinein in das innerste Empfinden des Psalmisten. Tief empfundene Not, lass ab, Herr, lass ab von deinem Unmut gegen uns, er verbindet sich mit den Untreuen, er weiß, ich bin doch Teil dieses Volkes, lass ab von deinem Unmut gegen uns, oder willst du ewig mit uns zürnen, deinen Zorn wehren lassen, von Geschlecht zu Geschlecht und dann ist es so ein sehnsüchtiger Ruf nach Gnade, Herr, willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann, Deutschland braucht doch wieder Freude am Herrn, Herr, schenk uns neues Leben, Herr, lass uns deine Gnade wieder neu erkennen, lass uns deine Gnade schauen, schenk uns dein Heil, Gnade Lieben, was glaubt ihr, was die Kirchen und Gemeinden in unserem Land am meisten von uns brauchen? Unser Gebet, betet für die Gemeinden, die ihr vielleicht verlassen habt, weil sie so untreu geworden sind, und das war richtig, sie zu verlassen, aber betet für sie, betet zu Gott, dass er eingreifen möge in seiner Gnade. Der Psalmist klagt Gott nicht an, er erkennt an, dass Gottes Zorn hier vollkommen gerechtfertigt ist. Man muss sich das vorstellen, wie Gott immer wieder eingreift, um seinem Volk gnädig zu sein. Schaut euch die Geschichte Israels an, schaut euch das alte Testament an, dieser gnädige Gott, der ein Volk beruft und der ist trotz aller Sünde immer wieder versorgt, für sie eingreift, wie er sie während der Wüstenwanderung, dieses ständig klagende Volk versorgt. Er sagt nicht, er gibt es halt morgen kein Mann, wenn er so meckert. Jeden Tag neu. Und dann bringt er sie ins gelobte Land, anstatt sie zu verdammen. Und sie sind untreu und er verwirft sie nicht. Nein, er warnt sie, er warnt sie, er warnt sie. Und wenn sie da nicht hören wollen, dann führt es ihren Sextil, nur um sie dann wieder zurück zu bringen und sagen, habt ihr jetzt eine Lektion nicht doch gelernt? Und was für ein gnädiger Gott und was für ein untreues, rebellisches Volk. Und mal ganz ehrlich, wenn du tief in dein Herz hineinschaust, wenn du dir dein eigenes Leben anschaust, dann weißt du doch ganz genau, wie das ist, oder? Wir haben einen so treuen Gott, der uns gerettet hat, aus seinem Zorn. Was tun wir? Immer wieder misstrauen wir ihm und gehen unsere eigenen Wege, jeden Tag. Der Psalm ist klar, Gott nicht an. Er erkennt an, Gottes Zorn wäre hier vollkommen gerechtfertigt. Und diese Erkenntnis der Ernsthaftigkeit, dieses Problems der Sünde, der Gerechtigkeit Gottes, dass er in seiner Gerechtigkeit eigentlich gar nicht anders könnte, als seinen Zorn auszugießen über alles an Sünde, was in dieser Welt ist. Diese Erkenntnis war grundlegend für die Reformation vor 500 Jahren. Martin Luther wusste um das Problem. Er erkannte sich selbst. Er wusste darum, dass er aufgrund seiner vielen Sünden nur Gottes gerechten Zorn verdient hatte. Aber was er noch nicht erkannte, war, dass Gott auch ein gnädiger Gott ist. Das musste Gott ihm erst durch sein heiliges Wort und durch seinen heiligen Geist erkennen lassen. Und als Luther dann endlich seinen gnädigen Gott fand, da war er befreit. Aber befreit wozu? Luther hat nicht aufgehört, seine Sünden vor Gott zu bekennen. In der Tat, Luther hat darum gerungen, ob Buße nicht vielleicht doch auch noch ein Sakrament sein sollte. Nein, aber Luther hat seine Sünden vor Gott gebracht. In einer neuen Freiheit, in einem Wissen, dass er alle seine Sünde zu ihm bringen kann, weil er ein gnädiger Gott ist, der denen gerne vergibt, die zu ihm kommen. Heute ist das genau andersrum. Bei Luther, Luther erkannte das Problem, aber er brauchte einige Zeit, um die Lösung zu verstehen. Er erkannte das Problem, dass sündige Menschen vor einem gerechten Gott nicht bestehen können. Er brauchte aber erst noch Gottes eingreifen in seinem Verstehen, um zu verstehen, dass Gott auch ein gnädiger Gott ist, der den Sündern vergibt. Heute ist es andersrum. Wir reden alle über einen gnädigen Gott. Wir kennen die Lösung, aber das Problem. Das haben wir aus dem Blick verloren. Wir verstehen gar nicht mehr, was es bedeutet, dass wir so schmutzig wie wir sind, so sündig wie wir sind, eigentlich gar nicht vor einem gerechten Gott stehen können. Wir verstehen nicht mehr, was es mit dem Zorn Gottes auf sich hat. Darüber will man nicht mehr reden. Der wird wegredigiert. Das war irgendwas aus dem Alten Testament. Das hat Wenn wir das nicht verstehen, wenn wir das Problem nicht verstehen, warum sollten wir dann flehen zu Gott? Ich möchte dich ermutigen, ganz persönlich, Gott anzuflehen, um Reformation, tägliche Reformation in deinem Herzen. Und dann um Reformation, sodass Gott dich immer mehr verändert. Und dann gehe zu Gott und bete. Bete nicht nur für dich, sondern bete für deine Familie, dass Gott auch deine Familie wieder neu beleben würde. Dass er deinen Hauskreis wieder neu beleben würde. Flehe zu Gott, dass er deine Gemeinde wieder neu beleben würde. Flehe zu Gott, dass er unser Land wieder neu beleben möge. Herr, willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenk uns dein Heil. Wenn ich das hier lese, wenn ich dem Psalmisten hier zuhöre, dann klingt das Gebet fast noch ein bisschen verzweifelt, noch nicht so hoffnungsvoll und ich glaube, das geht auch manchen von uns so, oder? Wenn wir all die Not sehen, vielleicht in unseren eigenen Herzen, in unseren Gemeinden, in unserem Land, wenn wir dann dafür beten und eigentlich immer noch klarer sehen im Gebet, wie weit wir von Gott weg sind, dann kann es dazu führen, dass die immer klare erkannte Not uns immer verzweifelter werden lässt. Wenn dir das so geht, wenn du fast ein bisschen hoffnungslos geworden bist im Hinblick auf dich selber, auf deine Gemeinde, auf unser Land, dann möchte ich dir mit dem Psalmisten einen Ausweg zeigen. Einen Ausweg hin zu einer neuen und sicheren Zuversicht, dass der Herr uns eine neue Reformation schenken wird. Das ist der dritte Punkt der Predigt. Ab Vers 9 sehen wir, dass der Psalmist durchdringt zu der Gewissheit einer zukünftigen Reformation. Ich lese uns die Verse 9 bis 14. Ich will hören, was Gott der Herr reden wird, denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen. Nur, dass sie sich wieder zur Torheit wenden. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Lande wohne. Gnade und Wahrheit sind Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Dann wird der Herr euch das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag abwerfen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und den Weg bereiten für seine Tritte. Nach dem Gebet in den Versen 5 bis 8 lesen wir in Vers 9 dass der Psalmist eine ganz persönliche Entscheidung trifft. Ich will hören was Gott der Herr reden wird. Ganz interessant ist hier, dass das Reden des Herrn hier als etwas zukünftiges beschrieben wird, aber der Text dann deutlich macht, dass der Psalmist bereits weiß, was der Herr reden wird. Denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen. Lieber Christ, dein Herr will mit dir reden. Und er tut das durch sein heiliges Wort. Und deswegen kannst du schon wissen, was er dir sagen will. Und in jeder guten Beziehung ist es doch so, dass sie davon lebt, dass wir im Austausch stehen, dass wir mal reden und mal zuhören. Und so sollte es auch in der Beziehung mit Gott sein. Und deswegen müssen wir gerade auch in Notzeiten ab und zu mal von unserem Redemodus, dem Beten, wieder umschalten auf den Zuhörmodus. Was so wichtig. gerade im Gebet, im Flehen, in Notzeiten, dass wir auf Gott hören. Das wird uns nicht immer gefallen, weil Gottes Wort wie ein Spiegel ist, der nichts beschönigt. Manchmal ist es so, dass wir meinen, wir haben die Bibel schon mal gelesen und dann können wir so ein paar Zusagen und auf die verlassen wir uns und dann lassen wir es damit gut sein und dann beten wir und dann denken das ist ungefähr genauso hilfreich, wie wenn ich heute Morgen nach dem Duschen mir ein Foto genommen hätte von Matthias von vor 20 Jahren. Da wären auch gar keine grauen Haare dabei gewesen und auch weniger Falten. Das hätte bestimmt ganz vernünftig ausgesehen. Aber ich habe im Spiegel geschaut. Oh, der hat gestern Abend zu spät ins Bett gegangen. Ring unter den Augen. Ich habe alle Probleme gesehen, die da waren. Hat mir geholfen, sonst hätte ich mir nicht gekämmt. So ist es mit Gottes Wort. Es hilft uns, die Dinge zu erkennen, wie sie wirklich sind. Das heißt, es zeigt uns auch unsere Not, unsere Probleme. Ich fände das sehr hilfreich, wie Gott liest uns, wenn wir es lesen. Aber Gottes Wort ist nicht nur ein Spiegel, das uns zeigt, wer wir wirklich sind. auch ein Licht auf unserem Weg, das uns Dinge erkennen lässt in die Zukunft hinein, die wir ohne das Wort Gottes noch nicht erkennen können. Und das sehen wir hier. Gottes Wort konfrontiert uns mit unserer Sünde, es konfrontiert den Psalmisten mit der Realität des Volkes, aber es zeigt auch, wo allein Rettung gefunden werden kann. Gewiss ist seine Rettung, heißt es hier in Vers 10, gewiss nahe, ihn fürchten. Sie brauchen Rettung, das heißt er erkennt das Problem und er erkennt es gibt die Lösung. Er wird Frieden zu sagen seinem Volk. Aber dazu ist es wichtig, dass wir gut zuhören, um zu erkennen, wem denn seine Zusagen wirklich gelten. Das war das Problem beim Volk Israel. Das Volk Israel meinte zu wissen, dass alle Zusagen dem Volk Israel in der Gänze gehören würden. Man war das Volk Gottes, man war sich seiner Sache sicher. Wir haben großartige Zusagen von Gott, das passt dann schon. Wenn dann Notzeiten kamen, dann war das Volk schnell dabei, Gott anzuklagen. Es bricht mein Herz zu sehen, dass so viele Menschen hier in unserem Land in einer ganz ähnlichen Situation sind. Sie nehmen für sich Dinge in Anspruch. Und wenn dann ihr Leben nicht so funktioniert, wie sie denken, dass es funktionieren sollten, dann wird Gott angeklagt. Es ist wichtig, dass wir erkennen, wem Gottes Zusagen wirklich gelten. Denn die gelten nicht zwingend allen, die sich irgendwann einmal Gott zugewandt haben. Gottes Zusagen gelten nicht allen, die irgendwann mal ihre Sünden bekannt haben und in einem Übergabegebet Gott gesagt haben, vergib mir meine Schuld. Nein, Gottes Zusagen gelten denen, die sich in wahrer Buße Gott zugewandt haben, in wahrer Buße, in wahrer Lebensumkehr. Und das bedeutet, dass man sich eben nicht dauerhaft wieder von ihm ab und der Torheit zuwendet. Seht ihr das hier? Seine Rettung ist gewiss für alle, die ihn fürchten, als den heiligen und gerechten Gott, der zugleich ein Gott der Gnade ist. Und dieses Nebeneinander von Gottes Gerechtigkeit und Gnade, das ist das, worauf der Psalmist dann weiter hinweist. Schaut mit mir in Vers 11. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Worauf der Psalmist hier nach dem Hören auf Gott voller Zuversicht zieht, ist das, worauf das Volk Israel sehnsüchtig wartet. Schon im zweiten Buch Mose hatte Gott verheißen, dass es eines Tages so kommen wird, dass Gott zugleich vollkommen gerecht richten wird und doch Menschen gnädig anniemen, ihnen ihre Schuld vergeben und mit ihnen Frieden machen würde. Gut 500 Jahre nachdem Israel aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt war, war es dann so weit. Inmitten des niederliegenden Landes, inmitten all der Sünde und der Weid des Volkes, das sich so weit von Gott entfernt hat, kommt ein Kind. Der Apostel Johannes beschreibt dann das Kommen dieses Kindes, das Aufwuchs mit den Worten und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes zeigt sich daran, dass er kommt in Gnade und Wahrheit. Diese Herrlichkeit zeigt sich nirgends deutlicher als am Kreuz. Denn dort tat Jesus aller Gerechtigkeit Genüge. Er zahlte den ultimativen Preis für die Schuld aller, die sich ihm im Glauben zuwenden. Und so können wir im Glauben Gottes Gnade erleben. Weil Jesus aller Gerechtigkeit Genüge tut. In ihm sind Gnade und Wahrheit einander begegnet. In ihm haben sich Gerechtigkeit und Frieden geküsst. Deswegen stehen alle, die Jesus Christus im Glauben als ihren Retter und Herrn anerkannt haben, eben nicht mehr unter dem gerechten Zorn Gottes. Wir müssen nicht mehr das fürchten, was der Psalmist noch in den Versen 5 bis 8 gefürchtet hat. Dass Gottes Zorn weiterkommt. Wir sind befreit davon. Der ganze Zorn Gottes, den wir verdient hätten, den wir jeden Morgen neu verdient hätten und jeden Abend. Dieser ganze Zorn, der wurde ausgegossen auf Jesus am Kreuz von Golgatha und wir haben jetzt Frieden. Weißt du das? Es gibt keine Verdammnis mehr für dich, wenn du in Christus Jesus bist. Wir haben Frieden mit Gott. Gott ist für uns, auch wenn wir immer wieder sündigen. Gott ist für dich. Du hast Frieden mit Gott. Sein Zorn ist weg. Frieden, Gerechtigkeit, und Frieden haben sie geküsst. Und es kommt noch besser. Der Herr gibt uns nicht nur durch den Psalmisten die Verheißung dessen, was dann in Jesus Christus geschehen ist und was wir aufgrund von Gottes Gnade allein im Glauben empfangen haben. Nein, der Herr gibt uns eine Verheißung für eine allumfassende zukünftige Reformation. Schaut nochmal die Verse 12 bis 14 an. Das schaut nämlich hinaus, über das hinaus, was Jesus für uns schon getan hat. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen und die Gerechtigkeit vom Himmel herab schauen. Dann wird der Herr euch das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag abwerfen. Gerechtigkeit wird vor ihm her gehen und den Weg bereiten für seine Tritte. Die Herrlichkeit der Ich weiß nicht, ob wir hier in Deutschland noch einmal eine Reformation erleben werden, aber ich weiß mit Gewissheit, dass es irgendwann eine globale Reformation geben wird. Denn eines Tages wird der Herr wieder kommen und dann wird die ganze Schöpfung reformiert, umgeformt. Dann wird alles böse, alles Leid, alle Not ein Ende haben. Dann wird unsere Sehnsucht nach Erweckung ewiger Freude weichen. Dann wird die Kirche vollkommen sein und auf ewig dem Herrn dienen und ihn loben. Dann werden wir Christen befreit sein, auch von allen Versuchungen und allen Sünden. Und so werden wir die Herrlichkeit des Herrn erleben für alle Ewigkeit. In Anbetracht dieser Verheißung Gottes denke ich manchmal, wenn ich auch in unseren Gesprächen, vielleicht auch mir selber mal zuhöre, dass wir Gott mehr zuhören müssen. Wir klagen und beklagen den Niedergang in den Gemeinden und in der Gesellschaft, so als wenn das das letzte Wort wäre. Wir reden davon, wie unsere Gesellschaft so im Niedergang ist, dass wir den Islam fürchten müssen, als wenn das Christentum irgendwann nicht mehr sein wird und der Islam dominiert. Wir fürchten den Liberalismus, der vielleicht doch gewinnt. Aber was haben wir denn zu fürchten? Wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir haben sichere Verheißungen. Wisst ihr, wer etwas zu fürchten hat? Die Leute, die dem Liberalismus anhängen oder dem Islam oder dem Atheismus. Denn der Zorn Gottes wird über sie noch ausgegossen werden. Es sei denn, dass sie umkehren. Die brauchen Reformation viel mehr als wir. Und unsere Reformation ist gewiss. Aber lasst uns auf den Herrn hören und zu neuer Zuversicht finden. Das heißt, wenn du Sehnsucht hast nach Reformation, dann lass uns vor den Herrn treten, und ein Gebet beten, das uns auch die Bibel lehrt, nämlich das letzte Gebet der Bibel. Komm Herr Jesus. Ich wünsche mir, dass wir dieses Gebet viel mehr beten. Dass unsere Sehnsucht danach immer größer wird. ganz Ehrlich, ich möchte nicht zurück in die Zeit von Luther oder Calvin. Ich möchte nicht im Genf Calvins leben. Ich möchte im neuen Jerusalem sein eines Tages. Je früher desto besser. Komm Herr Jesus. Und bis es so weit ist, ihr Lieben, haben wir das immense Privileg, als diejenigen, die Gottes Gnade schon empfangen haben, diese Gnade zu verkündigen einem Volk, das es hören muss. Und dann lasst uns beten, dass der Herr unser Land wieder neu beleben möge und unsere Welt, bis er wiederkommt. Ich bete. Himmlischer Vater, danke für deine erstaunliche Gnade. Herr, wir sind Sünder durch und durch. Ich sehe mein eigenes Herz. Selbst hier in dieser Konferenz Gedanken, die abschweifen, verlangen, dass es dir nicht gefällt. Ich sehe meine Handlungen, ich sehe meine Worte, die so oft ohne Liebe sind. Ich sehe den Mangel an meinem Gebet und ich weiß, es geht zu vielen von uns so. Aber ich weiß, ich weiß, dass du mich nicht anschaust in deinem Zorn. Denn Jesus hat ihn für mich genommen. Er hat ihn für uns auf sich genommen. Du siehst uns in Liebe an. Danke, dass wir Frieden mit dir haben. Was für eine Gnade. Herr, jetzt gib uns doch dieses Verlangen, Botschafter in Christ die Stadt zu sein. Und zu beten. Herr, ich möchte beten, dass du in unseren Gemeinden wieder neues Leben entstehen lässt. Dass du neue Gemeinden entstehen lässt. Dass das Zeugnis des Evangeliums in diesem Land und in Polen und in den Niederlanden in Belgien und in Österreich und in der Schweiz und in vielen weiteren Ländern wieder erschallt. Dass Menschen zur Buße finden und zu glauben, dass sie Freude in ihr finden. Aber vor allem beten wir, Herr, komm wieder. Bring diese große Reformation. Komm, Herr Jesus. Amen.